Hallo und willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Übertragung von den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Paris-Bercy in diesem riesigen Sportpalast, in dem sich die fünf besten Eistanzpaare gerade einlaufen. Ich sehe das auf meinem Monitor. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, um Ihnen zu erzählen, dass in der ersten Bundesliga ja heute Abend bereits eine Begegnung stattgefunden hat. Der Hamburger SV schlägt die Stuttgarter Kickers nach Toren von Bein, Furtog und Moser mit 3 zu 0. Und in der zweiten Liga gewann der 1. FC Saarbrücken gegen den SC Freiburg mit 2. Am Nachmittag haben wir ja in allen dritten Programmen bereits vom Originalprogramm der Damen, dem ehemaligen Kurzprogramm der Kurzkür, berichtet. Und da hat ja die Claudia Leistner aus Mannheim leider nicht ihren ersten Platz aus der Pflicht halten können. Sie wurde von Jill Trennery aus den Vereinigten Staaten überholt. Die Claudia liegt jetzt auf dem zweiten Platz. Midori Ito ist dritte und Patricia Neske aus Düsseldorf hat den fünften Platz gehalten. Also das ist die Situation vor der Entscheidung morgen, die wir ja dann ebenfalls wieder in der ARD live übertragen. Ich schiele da immer ein bisschen hin. Die Eisfläche in Paris-Bercy ist noch leer, füllt sich jetzt mit einem Paar, das für seine extravagante Kür bekannt ist. Die Franzosen Duchenne und alles weitere jetzt von Corinna Halke live aus Paris. Ja, es geht um die Medaillen Isabelle und Paul Dushesley, die letztes Jahr die Preisrichter provozierten und die Zuschauer faszinierten. Die sind auf dem Eis im Moment vierter, aber sie haben natürlich die Chance auf das Treppchen zu kommen. Ihre neue Kür hat das Thema Traum und Wirklichkeit. Paul verkörpert in dieser neuen Kür die harte, brutale Realität, den Existenzkampf. Isabelle dagegen entwirrt der Realität, schwebt über allen Dingen, baut eine Steinwelt um sich aus, aus der sich Paul aber wieder in die Wirklichkeit zurückholt. Die Musik zu dieser Inszenierung dazu von Paul McCartney, Eleanor Redby. Die Musik zu dieser Inszenierung dazu von Paul McCartney, Eleanor Redby. Die Musik zu dieser Inszenierung dazu von Paul McCartney, Eleanor Redby.